Ja, Kranzbierbaum und Hallerstauden, ja sag einmal, spinnst du jetzt du, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Hing mich, Haku-Zakramin, ach, gestern schmeißst du mir die ganzen Dachbalken um und jetzt auch das da. Ja, sag einmal, hast du das Schildl nicht gesehen? Ist ja zu klein geschrieben, hä? Hast du das nicht gesehen? Grad gestrichen, nicht angelangen. So ist es größer, schrei mir ein Schildl, oder? Oder kannst du nicht lesen? Chef! Was ist? Die Frau kann kein Bayerisch. Was? Du kannst kein Bayerisch? Und ich depp' hab das die ganzen Jahre nicht mehr. Das gibt's ja nicht. Über 70 Millionen Menschen in Deutschland können kein Bayerisch. Wir helfen, Bayern, für die von Menschen. Da müssen wir bitte machen. Komm, sag einmal, der hat sich gehört. Schleifte.